Komm mal ran hier. Ja. Alles gut? Wir hatten 31 Euro. Komm auf deinen Nacken. Okay. Nur 31? Bin ich ein bisschen enttäuscht. 81 Euro wären besser gewesen. Aber was will er uns mit 31 sagen? Ja man. Weil wir auswählen wie ein Zivilbulle hier in GTA oder was? Einmal 81. Also das war jetzt mal ein Aufruf. Das war eine Ansage. Damit haben wir jetzt nichts zu tun, Leute. Genau. Oh! Oh! Oh Leute, da müssen wir mal kurz hier. Ach du Scheiße! 81 Euro, Digga. Auf deinen Nacken. Oha. Da habe ich 81 gesagt, ich mache dir doch 810. Ach du Scheiße. Bruder. Berserker haut hier 81. Mehr sogar. Krass, Alter. Jetzt müssen wir 31 und 81 zusammenrechnen. Bruder, ich küsse deine Augen. Dicke Doni hier nochmal. Vor den Zong die 31er. Auf Ehre. Mach mal 81er hinterher hier. Lofti, die wollen dich sehen. Ja. Jonas ist wieder abgehoben. Ich feiere deinen Song. Hier ist der Lofti. Hier ist der Lofti. Lofti, Digga, wärst du eigentlich schon auf Instagram? Lofti-81. So, wir gucken jetzt mal. Ja Leute, ihr könnt Lofti gar nicht folgen. Also ihr könnt doch schon folgen, ne? Ihr könnt doch folgen. Aber ihr werdet nur ausgewählt. Nur die Auserwählten können ihnen folgen. Quasi. Ich nehm euch nur an, wenn ihr die Box bestellt. Habt ihr gehört, Leute? Oha. Oha. Ehrenmann, Digga. Lofti soll rappen. Kannst du rappen? Kann nicht. Du grinst aber so. Vielleicht hast du doch mal gerappt. Ne, ne. Das wird keiner hören, glaub ich. Leute, hört auf hier so Fitna-Fragen zu machen. Rock Lesnar. Im Hintergrund. Danke, Dennis. Ja stimmt, wir haben ja den Stream im 4K. Das sieht schon krass aus. Die ganzen Jungs, wie sie hier hinten hinter uns stehen. So, ich feier das. Lofti ist der Geilste. Du hast hier einen richtigen Fanclub, ne? Ist echt so. Juri, rapp mal. Hört euch GTA an auf Spotify. Ey, ich wär auch dafür, Leute. Ja, Mann. Lofti soll Backflip machen. Backflip? Backflip. Ja, ist schon wirklich. Würdest du hier wirklich nicht machen können, ne? Leute, die Decke ist einfach zu tief. Ansonsten würdest du das machen. Ihr glaubt es nicht, aber ist wirklich so. Loftis Instagram heißt lofti-81, Leute. Was drückt Lofti? Kennst du immer diese Fragen, so diese... Ja, Mann. Die von diesen, äh, äh, Dings? Äh, was drücken? Bank drücken. Ach, Bank drücken. Ach, Bank drücken. Okay. Ich dachte, was anderes. Ihr müsst hier nach Salzgitter zum McFit kommen. Dann zeig ich euch, wie viel ich drücke. Oh, das war eine Herausforderung. Ja, ja. Lofti macht bald, äh, dann hier Bankdrück-Contest. Habt ihr gehört? Lofti haut drei Boxen raus. Leute, wir werden heute noch drei Boxen verlosen. Ich schmal auch noch zwei Boxen oben drauf. Ja, Lofti, willst du mal aus? Lofti, hast du jemanden? Ja, such du mal jemanden aus. Hier, du kannst auch, warte, du kannst auch hier die Maus nehmen, warte. Ich scrolle immer so nach oben und dann wer am nächsten dran ist, ist das immer am besten. Ja, Mann. Aber Leute, ihr müsst jetzt, pass auf, ihr müsst jetzt den Namen von Lofti reinschreiben und euren Instagram-Account, dass wir euch anschreiben können. Also wer das zuerst schreibt, der kriegt jetzt hier eine Box. Oha. Da hat gewonnen, Lofti hat gezogen. Warte. Kam unterstrich 68. Ich hab immer mit Cheats gespielt, KTH, Alter. Ja? R1, R2, L1, L2, links, runter, rechts, hoch, links, runter, rechts, hoch. Was war das für ein Cheat? Alle Waffen oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich glaub alle Waffen oder so. Ich weiß nicht mehr. Lofti, was sagst du in unserem Auto? Elektroauto. Geile Kiste, oder? Bisschen Schrott gefahren, aber Elektroauto. Ja, sogar mit gelbem Unterlicht. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Lofti, was hast du gesagt? Wenn nicht, komm ich euch besuchen. Oha, Leute. Genau, alle GTA streamen. Das wollt ihr nicht. Jeder, der uns Screenshots sendet, wie er das Ding streamt, liken wir durch. Wird in deine Story gepackt, ne? Ja, nicht jeder. Ja, also ich probier so viel wie möglich, Leute. Ich glaub, Max, manchmal, du hast auch irgendwann dann hier diesen Story-Dings hier. Ja, ja, genau. Diesen Full-Blog, so weißt du? Ja, ja. Stimmt. Leute, streamt das Ding. Wir sehen uns morgen 10 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Checkt gerne noch, auch sehr, sehr wichtig, die Box von Juri aus. Leute, checkt die Box von Juri aus. Here we go. Könnt ihr euch jetzt auf Amazon vorbestellen. Ich hab mir die auch schon vorbestellt. Markiert uns gerne auf eure Vorbestellung. Ja, Mann. Kurs geht raus. Supportet die ganze Geschichte mal hier. Morgen 10 Uhr. Morgen 10 Uhr kommt das Song mit dem Video. Checkt die ganze Geschichte aus, Leute. Danke für den Support. Ich sende euch jetzt noch die Box rein. Und das war's dann gewesen. Tschö mit Ö. Puh! Du bist nicht da.